Halli hallo liebe Leute und seid gegrüßt. Es ist mal wieder Zeit, dass wir bei Suikoden weitermachen. Um genau zu sein, morgen am 27.10.2021 um 18 Uhr geht's los. Und dann werden wir auf jeden Fall auch die Reise in Suikoden weiter begehen, neue Leute rekrutieren und das Abenteuer soweit fortsetzen. Wenn ihr weiterhin Lust habt, mich da begleiten zu wollen, könnt ihr dabei sein, ich freue mich gerne. Auf viel, ja, auf großen Besuch, sagen wir es so. Wenn ihr Zeit habt, könnt ihr gerne reinschalten und ja, dann würde ich sagen, sehen oder hören wir uns hoffentlich dann morgen beim Livestream von Suikoden wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen.